Wie erstelle ich einen WhatsApp-Broadcast? Einige Benutzer möchten möglicherweise einen Broadcast erstellen, anstatt eine Nachricht oder Inhalte gleichzeitig an mehrere Benutzer zu senden. Tatsächlich wird die Übertragung in WhatsApp als Einweggruppe betrachtet. Das heißt, die Person selbst kann Nachrichten an mehrere Benutzer gleichzeitig senden, aber die Benutzer können die Mitglieder der Sendung nicht sehen. Und für andere wird es nur ein normaler Zwei-Wege-Chat sein. Rufen Sie dazu die WhatsApp-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie oben auf diese Option. Dann klicken Sie auf diesen Abschnitt. Wählen Sie hier die Personen aus, die in der Sendung sein sollen. Ich wähle zum Beispiel diese Leute aus. Seien Sie vorsichtig, Sie müssen mindestens zwei Personen auswählen. Klicken Sie dann auf die Bestätigungsoption. Sie können ganz einfach einen Broadcast für sich selbst erstellen und gleichzeitig eine Nachricht an seine Mitglieder senden, wann immer Sie möchten. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Vielen Dank.